Die Kronus AG ist ein familiengeführtes Unternehmen im Bereich Betonsteine. Wir suchen sie als Produktionsmitarbeiter. Bei uns wird die Schalung hergestellt und dann wird sie eigentlich schon betoniert. Einen Tag später wird sie ausgeschaltet. Es gibt Serie, größere Serien, viele kleine Serien. Vom Büro bekommen wir die Pläne. Wir machen mal ca. 400 Steine, Mauerscheibe pro Tag. Die Dürer und Stähle sind meist Standard. Das, was alltäglich produziert wird und was auch normal bei uns auf dem Hof liegt, was man in jeder Zeit holen kann. Die Abdeckplatten, um aufzukommen, sind hauptsächlich Sonntanfertigung. Sonntanfertigung ist auf Wunsch des Kunden. Der Kran hilft viel dabei, dass man nicht körperlich so angestrengt wird. Man hat mal so Kranschulung, dass man auch weiß, wie man das richtig bedienen muss. Der neue Kollege muss halt Motivation mitbringen. Man fängt morgens an, ist um Mittagszeit wieder fertig, man hat was vom Tag. Also Arbeit haben wir auch immer, eher mehr als weniger. Also dadurch sieht es gut aus. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann bewerben Sie sich jetzt und werden Teil der Kronimus-Familie. Ich freue mich auf Sie.